Kinder wünscht euch eine verbrauchte Modelleisenbahn. Die macht einfach Spaß, ist schön anzuschauen, man kann sie auch in die Hand nehmen, sollte mal was kaputt gehen, die Ersatzteile und man kann diese einfach reparieren. Man kann auch mal von den Knöpfen drehen und hier beim Fahrenzuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zeigt das Video doch mal, Mama oder Papa oder Oma und Opa.